Du wirst dich in drei Wochen noch freuen, dass ihr da wart und gedacht, oh... Ich hoffe, dass wir irgendwo was finden müssen, was ihr versteckt habt. Schauen wir mal alles an, bitte was für eine Lichtkasse. Kann man für den Zuhörer auch eine Flasche rausholen oder für das Alkohol? Das geht nicht. Ne, ich gedacht, die Papierollpasta ist... Ja, und das habe ich jetzt schon mal. Das Ganze ist Video. So, doch, so sieht es ganz anders aus. Okay. Ja, okay. Ich muss nur los sein. Los! Ja, und die Interfinanzation. Ich habe eine ganze Zeit, ich bin ich eine Flasche. Ich habe ja keine Ahnung, oder? Aber das ist eine Flasche. Ich habe jetzt schon mal ein Staschen. Dankeschön, wir sind fertig.